Dialog Guftogui Dunafar Das Gespräch Renovieren Gemeinsam etwas planen Tamirot kardan Jäk gioja, jäk chizi roo maslihatu barnaumareizi kardan Hallo Lola Salom Lola Hallo Anna, wie geht's? Salom Anna, kor hojat chihir? Ja, danke, gut Lola, hast du am Wochenende Zeit? Ja, danke, gut Lola, hast du am Wochenende Zeit? Ja, ich habe am Wochenende Zeit Warum fragst du? Ja, ich habe am Wochenende Zeit. Ich habe mich gefragt, ob wir ihnen helfen können? Er muss seine Wohnung renovieren und er braucht unsere Hilfe Ja, er hat mich auch schon gefragt Hast du ihm schon zugesagt, oder? Ja, ich habe ihm schon zugesagt Okay, gut Dann sind wir ja schon zu zweit Wir haben noch keinen genauen Termin gemacht Aber ich habe ihm zugesagt Aber ich habe ihm zugesagt Weißt du, vielleicht noch andere Leute, die uns helfen könnten? Ich denke, der Ahmad aus unserem Kurs hilft und bestimmt auch gern Wir können Wir können Ahmad aus dem Kurs Und bei mir schreit Karte betonen Oh, gut Ahmad renoviert oft Oh, sehr gut Ahmad so zu zu Tamirat Ich kann dann noch Ali fragen Er ist auch ein guter Handwerker Ich denke, er könnte uns auch helfen Ja, dann solltest du ihn fragen Das ist eine gute Idee Was müssen wir in Mohammed-Wohnung machen? Wir müssen die Möbel raustragen Ich denke, streichen und vielleicht auch tapetieren Ich habe Ich habe Aber ich glaube, Ahmad kann das gut. Aber ich glaube, Ahmad kann das gut. Wir können allerdings Ahmad fragen. Wenn du sagst, er renoviert oft, denke ich, dass er weiß, wie man tapizit. Ich glaube, Ahmad kann das gut sein, wie man tapizit hat. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch am Sonntag weiterarbeiten müssen. Wir brauchen Farbe und Pinsel, Tapete und Tapete-Kleppe. Ich denke, alle diese Sachen müssen via Baumarkt kaufen. Ja, ich denke, alle diese Sachen müssen wir aus dem Baumarkt machen. Wo ist denn ein Baumarkt in der Nähe von Mohammeds Wohnung? Das ist gleich bei Mohammed um die Ecke. Wir können das ganze Material kaufen, das wir brauchen. Ja, das ist gut. Brauchen wir sonst noch irgendwelches Werkzeug? Das ist gut. Ich denke, jetzt haben wir alle Punkte besprochen. Okay, Lola. Alles gut. Bezumst du? Okay, Lola. Alles gut? Bezumst du? Bezumst du? Tschüss, bis zum nächsten Mal.